Alpenländische Musikherbstin Elmau mit vielen bekannten Stars aus der Musikszene, wie den Amigos Mark Bircher, Mockheim, Quintet, Alex Baumgartner und vielen mehr vom 27. bis 30. September und vom 4. bis 7. September 2017. Wiederhole nochmals, Alpenländischer Musikherbstin Elmau mit vielen bekannten Stars aus der Musikszene, mit den Amigos Mark Bircher, Mockheim, Quintet, Alex Baumgartner. Alex Baumgartner ist am 29. September beim Alpenländischen Musikherbst vertreten. Kommen Sie also vorbei zum Alpenländischen Musikherbst in Elmau mit vielen bekannten Stars aus der Musikszene, wie den Amigos Mark Bircher, Mockheim, Quintet und Alex Baumgartner, der am 29. September beim Alpenländischen Musikherbst vertreten ist. Vom 27. bis 30. September und vom 4. bis 7. September gibt es den Alpenländischen Musikherbst in Elmau. Achtung, Alex Baumgartner ist am 29. September live dabei beim Alpenländischen Musikherbst. Kommen Sie also vorbei zum Alpenländischen Musikherbst nach Elmau. Wünsche jetzt schon bei dieser Veranstaltung gute Unterhaltung und viel Spaß.